So, dann wäre da nochmal der Boden und die Zinn. Das heißt, die könnten wir theoretisch schon machen. Hier unten, das gäbe ja hier das Tor. So, das war übrigens einer zu weit unten. Ändert jetzt aber gerade nichts, weil ich jetzt hier einfach wirklich durchziehen möchte. Pam, da noch einen rein und da noch einen rein und dann hätten wir die Steine sogar auch schon weg. Und dann war der einer zu viel, wenn ich das so richtig sehe. So, habe ich noch irgendwelche Steine irgendwo? Es sieht nicht so aus. So, 5. Das heißt, den Rest kann ich wirklich da draufsetzen. Aua. So, die Lücken hier sollten wir vielleicht auch stopfen. Spitzhacke habe ich ja keine mehr. Könnte ich mir aber eigentlich jetzt welche mal machen. So. So. Die brauchen wir jetzt vor allem auch viele. So wie wir vorher die Schaufeln gebraucht haben, brauchen wir jetzt die Spitzhacken. Verdammt. Okay. Entschuldigung. So. Okay. Okay. Ähm, lange Rede, kürzer Sinn. Wir müssen wieder nach oben. Das heißt, wir düsen wieder hierher. Ach jo, machen wir die Abkürzung über den Dachsprung. Kann man ja machen. Und das war's auch schon wieder. So. So, Entschuldigung. Da musste ich mal kurz husten. Deswegen habe ich mich weggemutet. Ich bin gerade irgendwie... Ah. Meine Fresse. Also. Heieiei. Gerade ist was los. So. Deswegen würde ich jetzt eigentlich... ...hier nochmal rüber gehen. Und da nochmal rüber. Und dann gehen wir wieder zu unserem Steinbruch und holen uns noch mehr Steine. Nehmen. Und dafür gehen wir ja rüber. Geht hier, ey. So, dafür gehen wir jetzt wirklich einfach nur hier hoch. Und dann nehmen wir einfach das mit. So. So, so und so. Also, die Lücken hier hätte ich gar nicht schlagen müssen. Unter der Prämisse, dass ich eben von oben nach unten arbeite. So. Aber das... Ah Gott, nicht schon wieder. So, wir arbeiten uns bis da vorne durch. Kohle. Juhu. Und ab geht's ins Bett. Habe ich noch Erde dabei irgendwo? Inventar. Nein, aber Holz nehmen wir. Nehmen wir dafür. Sagen wir hier... Du. Und du. Und gute Nacht. So. Also, hauen wir wieder ab. Und... Ähm... Arbeiten wieder geflissentlich. An diesem steinenden... Und kohlenen... Quellen. So. So, und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich mein Inventar ein bisschen voll mache. Okay. Gut. Dann geht's hier quasi weiter. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und spitzack ist wieder im Eimer. Genau, so. Äh, wo war die nächste? Da war die nächste. Da hinten hatte ich übrigens auch noch eine. So. Du kommst weg, 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 du kommst weg. So, ich hoffe das Ding despaunt nicht zu schnell. Ach komm, nehmen wir's gleich. Und wenn wir dann schon dabei sind, dann können wir das eigentlich wirklich gleich runterziehen. Müssen wir ja nicht zwanghaft von oben machen. So, 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 so. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Ach. Immer diese Viecher, die im Weg stehen. Ne, das muss ich mir echt mal angucken, was da mit den Skins ist. Ähm, dazu soll ich vielleicht mal diese Welt sichern und dann mal gucken, was mit diesen Skins los ist. So, und dann der noch weg. Und dann hätten wir sie eigentlich alle, ne? Das heißt, wir können jetzt wirklich von oben nach unten arbeiten. Ganz klassisch. Ohne uns noch verrückt machen zu müssen. Dass wir irgendwo runterfallen. Außer natürlich da hinten in die Wohnung, klar. Aber das ist ja eine andere Baustelle. So. Da muss ich mich halt drum herum werkeln. Beziehungsweise vielleicht sollte ich mal wirklich einfach eine richtige Bude hinsetzen. Und nicht so ein Provisorium. Und nicht so ein Provisorium. So. Dann würde ich dich mal mitnehmen. Und dann würde ich zu dir hier sagen, hüpfen wir mal raus. Und dann geht's hier hinten weiter. Bauen wir gleich wieder die nächste Spitzhacke. Und da gab's noch eine. Spitze, 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 Hacki, 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 Spitz. Spitze, Hacki, Dudel, Didel, Dadel, Didel, Drum. Hm. So. Jo, was gibt's denn zu erzählen heute? Eigentlich nix. Also ich mein, es gibt viel zu erzählen, aber... Nix wirklich Wichtiges eigentlich. Zack, zack, zack. So. Also wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt hier halt mal durch. Ihr könnt es gerne überspringen, wenn's euch zu langweilig wird. Ähm. Zu gucken, wie ich hier halt... ...diesen Steinhaufen dezimiere. Ich würde es wirklich gerne machen, bis ich... ...an dem Punkt bin... ...ähm, wo mein Inventar mit Steinen voll ist. Die schleppen wir dann rüber zu der Mauer. Boah, seht ihr das schon? Da drüben gibt's schon die Mauer. Ähm, die schleppen wir dann da rüber zu der Mauer. Und dann würde ich da... ...die Steine alle versenken. So. Wunderbar. Okay, nächste Spitzhacke. Wo ist sie? Da ist sie. Gut. Können's auch so machen. Zack, zack, zack. Was ein bisschen doof wär. Weil ich dann hier wieder hoch muss. Eins, zwei, drei. Nee, das ist wirklich dämlich. Runter... ...runter arbeiten und dann wieder hoch müssen. Nee, das ist echt kacke. Okay. Aber... ...dich mach ich jetzt noch weg. Und dann... ...gibt's das halt wirklich so. Kohle nehmen wir natürlich immer mit. Da sind wir immer dankbar für. Da freuen wir uns, wenn wir sowas finden. ...dich mach ich jetzt noch mal mit. Und dann machen wir den Scheiß halt alles weg. Dumm-di-dum-di-dum. Und dann geht's hier auch schon wieder zurück. Kohle. Äh, juhu. Und noch mehr Stein. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und... ...dam, tadam, tadam, tadam. So. Machen wir das mal so rum. So. 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 Und den Spaß hier würde ich auch gerne... ...abschnupseln. Und dann geht's hier wieder diagonal nach oben. Und dann... Und dann... ...düsen... ...ja, nächste Spitzhacke. Wo ist sie? Da ist sie. ...düsen... 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 Okay, und das bedeutet eigentlich, ich würde jetzt ganz gerne hier, genau, würde ich ganz gerne einfach alles einsammeln, noch einen und, ne, da sind wir schon,